Ja, schön, Festung, Festung mag ich ja auch, sie habe ich ja schon das ein oder andere Mal von mich gegeben. Aber erst einmal, hallo, du seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Verrünspitzen, schlafe ich die Schlafsaal. Hast du dein Gewerke jetzt schon? Ja, ja, die habe ich fertig. Dann kann ich ja beruhigt schlafen, gell? Ach ja, ist okay. Du brauchst nicht am Samstag nachsitzen. Selbst wenn, ohne Chance. Von der stressigen Woche noch abreagieren. Ihr armen Gegner. Ich wäre mir halt froh, das ist meine Arbeitskollegen. Was denn? Wände wurden befestigt! Schlafen Sie mal rein, die Schlafsaal. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Ja, genau, ich bin ja auch ganz Analyse. Ich bin ja gerade Kapkamin ansetzt, ich bin ja gar nicht Kapkamin. Ich bringe nicht so viele Brandkanaten an. So ist es warm. Ich weiß gerade nicht so richtig, wohin mit dem Kapkamin. Am besten alle an eine Tür. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Ich wollte aber wirklich Tatsache jetzt nicht anziehen. Böses Auge eingesetzt. Ich habe gemerkt, dass ich ein Mensch habe. Der Ace, was ein Angeber. Ich muss jetzt immer dazu sagen, ne? Das war ein Großkatz, ey. Große Klappe, nächster hinter. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Ich lade nach. In der Bucht ist jemand. Bei der Lucke. Da wird er das Ding vom, vom, ich drei vom, vorhin. Ping ist einer. Das ist Osa. Osaft. Immer nach Bucht gelber Ping bei der Lucke. Oh, hinter Kapkain ist jemand. Hinter dir MG wird aufgemacht. Ungünstig. Danke für den Hinweis. Oh, nicht ganz geschafft. Das war aber schweineknapp. Du überlebst das. Du überlebst das, hoffe ich auch. Trotzdem verletzt. So, gleich in die nächste Kamera. Scheiße, kaputt. Letzter verbleibende Gegner. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Äh, wieso werde ich gezeigt? Ich habe den letzten nicht gekriegt. Hauptsache, es wird jemand gezeigt. Hauptsache, Hauptsache. Aber lustiger wäre es gewesen, wenn Seraphina wirklich eine Kapkainmine anbietet. Tatschen kann. Ha, ha. Wenn das wirklich so passiert. Na dann, gute Nacht, Ubi sagt. Oh, Leute. Das meine ich nämlich. Man sollte sich merken, wie man ausgewählt hat. Ich glaube, Seraphina wäre denn vom Stuhl gefallen, wenn das wirklich so was ist. Ich habe Yo-Kai auch schon mal von der Kapkainer gehalten und an die Tür geklatscht. Das war aufs Kaffee. So kurz zweimal. Äh, falsch. Okay, vorbe. Jetzt können sie kommen. Alter, da machst du ja schon zu. Auf. Schädling bereit. Wo sind sie, ihr Kumpel? Lade neues Magazin. Gerät bereit. Nur noch zehn Sekunden. Noch fünf Sekunden. Standort des Bio-Gefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Rad liegt. Rad liegt. Wo ist hier denn ne Uhr? Im Nebenraum. Schlafzimmer, glaube ich. Aha. Wie das da hinten rumflackert. So, jetzt kommt hier keiner an. Die Esch, die Esch. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter gerecht. Hm, Hauptschlafzimmer kommt, Esch, glaube ich. Was macht die denn hier? Wechsel mal der Kine. Hä, die war oben. Moin, moin. Jetzt steht das Spiel. Super. Ups, bin ich reif. Jetzt. Lässt du die Claimor nachholen? Stellt die gerade ne Claimor auf, ey. Oh, das war Möchtegern, Lara Croft. Lara stellt aber keine Claimor auf. Keine ist das für Zugangssperren, was da los ist. Asch ist einmal reingelaufen, nicht selbst gekillt, aber muss ja noch einer. Oh, nein. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Bomben schützen. Zugangssperre scharf gemacht. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Nur das, ich habe einsatzbereit. Ach, das heißt, ich bin hier. Böses Auge einsatzbereit. Magazinwechsel. Die Gegner haben uns nicht verheiligt. Gerät scharf gemacht. Zehn Sekunden noch. Fünf Sekunden noch. Er war angebracht. Sollen Sie nur kommen. Bomben vom Gegner entdeckt. Setze Willkommensmatte ein. Ein schönes Zuwilger von mir. Ich bin in den Extrusradius kommen. Kiefer. Willkommensmatte eingedäckt. Böses Auge bereit. Wank befestigt. Wank befestigt. Bitte nicht abschmieren. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, der P haben sie. Hat die Kameras. Hat die Kameras. Viel entdeckt. Mann ey. Zum zweiten, dritten Mal. Sorge P habe ich. Ein Gegner verblendet. Ich bin in den Sorge. Boah, noch eine Matte. Hast du gerade durch eine Wand gelaufen? Ja, durch hier die Öffnung. Das sah aus der Kamera so aus, als wenn die zuhärmt. Okay. Entweder war der Hintergrund genau die gleiche Farbe hatte, oder genau. Naja. Jetzt hatte ich aber auch schon mehrmals. Mämmas. 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 wir müssen eine bombe auf ja die will meine drohne gab schon ja Das hat sich angedacht, ob sie ein bisschen haben. Entschärfer wurde zurückgeholt. Ah, Fenstergucker. Vorsicht, ganz oben. Ich lade nach, Feuerschutz! Nix mit Keller, Dachboden, Gegner. Vorbei, der Umrichtung abschaut. Legion haben sie noch. Bereit zum Durchbruch. Bombe gefunden. Wurderum ist es cool. Ach, Kack auf die Kappkarmine. Enten in der Ecke. Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Wie es rumsuppt. Och, Mann. Platziere Streusprengsatz. Das gibt's nicht. Jetzt nachher, der kommt Kappschro. Ja, genau. Magazin wird geladen. Auf der Treppe, bei Twitch. Ich hab auch kein Schwerpunkt. Twitch hat bloß noch einen HP. Also... Das geht nicht. Twitch, du kommst jetzt auf Treppe runter. Ach. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. 15 Sekunden. Letzter verbleibender Gegner. Nein. Der hat den Kopf auf dem Visier. Oh nö. Die waren auch schneller. Oh, man sieht sogar noch fast was. Ach, dochться. Dann, bis zum nächsten Mal. es. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ganz oben rum. Tra-ha-ha-ktum. Ganz oben rum. Oh, ich bin schon fast im Abschuss. Da ist es. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Noch 5 Sekunden. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Alter. 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 Ich komme schon. Magazin wird geladen! Elektronik Scanner aktiviert. Ich überprüfe den Umkreis. Ich habe eine Bombe entdeckt. Die Bombe gefunden. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Oh. Letzter von bleibender Gegner. Was machst du, ey? Ich habe angeklopft, da ist es. LMG eliminiert. Gegner neutralisiert. Eigner Trupp erfolgreich. Wie ist er noch rumkrümelt? Nimm mal auf. Geht nicht, Cap Camino ist schon kaputt. Ich habe einen Rundfunk. Ich habe einen Rundfunk. Da stand rechts ganz kurz, dass Hawkeye den Spaß hier verlassen hat. Und drei Frikadellen entgegen. Ich mag die Mani Frikadelle sehr, weil da gibt es ganz Mani, viele. Die Bomben schützen. Mein wunderschönes, böses Auge ist bereit. Die Gegner haben meine Bombe entdeckt, soll Angriff bereit machen. Die haben die Ash. Vielleicht ist die Kamera kaputt, wenn sie getroffen wird. Okay, komische Leute. Schildträger haben sie noch. Montagne. Schildträger. 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 Ich setze Nitro ein. ha hallo montagna obenrote treppe hat besuch ja 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 Verscheu ich's denen aber gut. Ah, das ist ja echt. Echt Küchentreppe. Ah, da weiß ich nicht, muss da rein. Nee, was ist das? Scheiße, da hat er auch noch neue Brücke. Oh Mann. Mann! Neue Brücke ist wer? Komm, von allen Seiten! Sind sie alle da, alle vier? Nein. Ich geh nicht da kaum in Tanje her. Ja. Ja. Die Bomben sichern. Nein. Nein, nichts zu. Die Bomben sind verstärkt worden. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Grüne Poster. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Noch fünf Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Wäre angebracht. Sollten zu kommen. Die haben die E-Banner. Gleich schon tütsch. Oh, das ist spielbar. Immerhin redet er weiter. Irgendwas vom Fenster gepflückt. Eingangs repariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Oh, Schockdrone. Ach, Witsche. Du warst deswegen mal die Ruhe. Ich dachte schon. Ach komm, ey. Ich hab Fenster. Pieper. Ich geh rein. Kein Kopfschuss. Boah. Bist doch verletzt, Junge. Geh doch hin, die war verletzt daran. Ein Gegner verbleibt. Eigener Trupp siegreich. Alle Gegner eliminiert. Geh doch hin. Wir müssen eine Bombe aufschwüren. Nichtkenner. Hakenraum. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Kapkan. Kapkan. Der letzte. Einsatz in 5 Sekunden. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Aufschwung. 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 Ohne Anf було. Schmerz auf Ella ist oben im Kontrollraum. Okay. Ella war im... Sprenggranate. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Bisschen der Dessert auf ihn. Zwei beim Kartenmodell. Sprenggranate bereitet. Oh, komm. Es bleiben noch 15 Sekunden. Vernetzt. Ja, Mine. Was macht? Nehmen wir da schnell rein. Mine wird geschossen. Ich bin glaube, wir brauchen das Kartenmodell. Denn jetzt kommt Chemistry hin! éri Wir müssen eine Bombe aufschwüren. Ne. Nicht Keller. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Prinz Rauschbärtchen ist der Letzten. Kalt. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Fünf Sekunden. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Ohne Zeit. Luft tief in Position! Ich setze nur das Magazin! Aua, komm schon. Boah, Kite. Klingt doch Schaden, Typ. Okay, ich bin dran überlegt. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Nein, nein, nein. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Fünfzehn Sekunden übrig. Ah, toll. Zehn Sekunden. Entschärfer wurde zurückgeholt. Eigener Druck getötet. Am heutigen Abend hatte ich schon zwei Situationen, wo ich mir ziemlich sicher war. Das war doch ein Kopfschuss zum Beispiel im Archiv vorhin. Als ich mit Kapkan unterwegs war, muss ich mir auf jeden Fall beide Sachen nochmal im Nachhinein angucken. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.